Der Badwater Ultramarathon ist, mit der Veranstalter selber nennt es das Toughest Foot Race on Earth. Das ist also in Amerika, in Nevada, in der Wüste, und zwar direkt am Badwater, das heißt der Lauf ja so. Das ist also im Death Valley selber, einer der heißesten Orte der Erde. Und dort im Death Valley, da wird jedes Jahr über 217 Kilometer ein Rennen ausgetragen, also ein richtiges Fußrennen. Da wird also gelaufen über 217 Kilometer, Tag und Nacht, nonstop, bis rauf zum Mount Whitney. Und an dem Rennen nehme ich dann dieses Jahr teil. Da bewerben sich jedes Jahr ein paar hundert Leute drauf und letztendlich gibt es aber nur 100 Startplätze. Die werden dann so aufgeteilt, dass da 40 Anfänger nehmen, 40 sogenannte Rookies, 40 Wiederholungstäter, also Veteranen und 20 Vollprofis, die dann weltweit verteilt werden, die Startplätze. Und dann macht der Veranstalter ein Ranking, je nachdem, wie die Leute geeignet sind oder je nachdem, wie bestimmte Länder, Altersklassen und sonst was vertreten sein sollen in dem Jahr. Wenn man über 200 Kilometer laufen will am Stück, da muss man natürlich über Jahre hinweg Marathonerfahrung oder länger bis 100 Kilometer oder so gemacht haben. Oder vielleicht auch wirklich schon mal hier gibt es auch 24 Stunden Läufe oder Läufe, die bis an diese Strecke heranreichen, 200 Kilometer. Also es gibt sicher Läufe, die noch anstrengender waren. Also so Länderdurchquerung ist aber eine andere Form von anstrengend sein. Also ich bin ja mal von der Ostsee aus bis zur Schweizer Grenze gelaufen, bis in Deutschland laufen. 17 Tage, 1200 Kilometer, da ist die Belastung eine andere, weil du musst da 16, 17 Tage, musst du jeden Tag 70 Kilometer laufen. Das geht richtig auf die Knochen. 200 Kilometer am Stück laufen, da weißt du nach 150 Kilometern, na ich habe da zwar eine Blase, aber in 50 Kilometern ist das ja jetzt fast fertig hier. Und dann kannst du auf der Blase auch noch weiterlaufen. Wie geht man da mit der Hitze um? Also das eine ist, wie gesagt, viel Kühlung durch das eigene Team. Das andere ist eine mentale Vorbereitung. Also ich kann jetzt schlecht in einer Sauna ein Laufband aufstellen. Und zwar nicht, weil ich das nicht könnte, sondern weil die meisten Saunabetreiber aus versicherungstechnischen Gründen Angst haben, dass ich ihnen da ohnmächtig vom Laufband falle. Aber es ist in der Tat so, dass ich zum Beispiel momentan sehr viel in die Sauna gehe und einfach zwischen zwei Aufgüssen sitzen bleibe. Während des Laufs selber muss man sich halt durch bestimmte Kleidung schützen. Also das ist dann schon so, dass man wie so ein Astronaut auch sehr langärmliche oder über die Beine hinausragende Kleider tragen muss, richtig dreiviertel oder siebenachtelhosen lang. Ja und ansonsten brauche ich da sehr viel Schuhe, sehr viel Schuhwerk, denn es ist nicht nur 55, 60 Grad in der Luft, sondern das Ganze wird auf Asphalt gelaufen, auf einer Landstraße und da reflektiert die Hitze halt von unten. Das heißt, die Schuhe schmilzen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich brauche mehrere Paar Schuhe da, ich werde fünf, sechs Paar mitnehmen müssen. Und man kann das auch sehr schön bei den Fotos in den Filmaufnahmen sehen und ich weiß das halt auch aus den Berichten der Läufer, dass man gut daran tut, auf dem weißen Seitenstreifen zu laufen, weil der weiße Seitenstreifen wohl ein paar Grad weniger reflektiert als der schwarze Teer-Bereich. Und deshalb sieht das so aus, als wenn die Läufer alle an der Perlenschnur über diesen weißen Streifen durch die Landschaft laufen. Das machen die wirklich, weil es da, was weiß ich, fünf Grad kälter ist drauf. Man braucht im Prinzip auch ein sehr gut gebrieftes Team. Ich muss eine eigene Co. mit darüber bringen. Wir werden zu viert darüber reisen. Das heißt, ich muss noch drei Helfer mitbringen, die mich also dann wirklich alle 800 Meter, alle 1000 Meter, die müssen mit dem Auto nebenher fahren, müssen mich mit Eisbeuteln runterkühlen, beziehungsweise mit Sprühflaschen dann benetzen, damit die Verdunstungskälte dann arbeiten kann. Die müssen aufpassen, dass ich genug trinke in der Stunde, dass ich genug esse in der Stunde. Wir werden eine Waage mit dabei haben. Ich werde also auch jeden Kilometer oder alle Viertelstunde werde ich mich mal eben auf die Waage stellen, um so ein bisschen den Flüssigkeitshaushalt zu kontrollieren. Solange ich mich um so Dinge wie Ernährung und um Ausrüstung oder um die Strecke selber nicht kümmern muss, dafür habe ich ja Helfer dann dabei, da kann ich eigentlich den Lauf wirklich genießen, so blöd sich das jetzt anhört. Aber es ist so, ich kann wirklich alle Eindrücke rund um mich herum, kann ich so aufnehmen. Das fängt bei der Hitze an, das fängt mit der Wüstenlandschaft, geht das dann weiter und mit den anderen Teilnehmern, die da auch sind, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da kann ich mich im Prinzip voll auf genau den Augenblick konzentrieren, da mache ich mir noch keine Gedanken, wie das in zwei Stunden sein wird oder in 20 Stunden. Das ist eines der wenigen Rennen auf der Welt, wo es wirklich null Preise gibt. Das ist also eine reine Sache von Ruhm und Ehre und das ist speziell bei den Profis, ist das ganz witzig. Also es gibt Profis, die laufen da wirklich fast jedes Jahr, also es sind immer wieder die gleichen Cracks, die da sind und die kriegen da keinen Pfennig für. Also es ist wirklich eine Sache mit Ruhm und Ehre. Ich kann in der Spitzengruppe der ersten zehn nicht mitlaufen, das weiß ich noch von herein. Und ob ich dann Elfter werde oder 21 oder 31, das interessiert ja hinterher auch überhaupt gar keinen. Nur wenn man aussteigen muss, wenn man sich übernommen hat, das ist eine sehr unangenehme Geschichte. Das wäre was, was ich auf Teufel komm raus versuche zu vermeiden. Das ist eine sehr unangenehme Geschichte.